so ihr lieben leute es ist soweit es ist wieder top spiel prognosenzeit und wir haben uns ein spiel aber dies war auch rausgegraben 13 uhr spiel am samstag das tabularisch kann mal so schlecht aussieht und zwar haben wir einmal den ersten fck gegen 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 holstein kiel die roten teufel gegen die störche beide also vierter ist momentan der fck momentan läuft es da echt gut grad haben ja jetzt ein rekord aufgestellt glaube ich in der zweiten liga mit also beziehungsweise aufsteiger rekord der aufsteiger mit den meisten auswärts siegen in folge und so weiter oder beziehungsweise keine niederlagen irgendwas in der art ich weiß jetzt nicht mehr aber irgendwas haben sie gepackt genau 23 zähler holstein kiel achter 28 zähler die könnten herankommen und das ist natürlich ja das wollen sie natürlich schon momentan läuft es ja auch ganz gut so die runden teufel klassisch in rot genau das passt ja wenn sie alle in den vereinsfarben dann spielen so wir gucken nochmal ja nein ist soweit in ordnung wir gucken nochmal so behalten das jetzt mal bei uns mal gucken jetzt erst mal wie man damit klarkommen und dann mit denen ist er verletzt oder zuletzt ja erfolgreich in hannover gewesen nicht bei uns in der prognose leider gottes dafür aber dann im real life ein sehr schönes spiel habe ich genossen grüße gehen raus an marco der war ja dabei und ich werde mir das spiel jetzt immer natürlich auch heute anschauen aber natürlich nicht live auf dem betzenberg sondern daheim aber ich werde vielleicht mal wieder gegen hamburg mal wieder drauf gehen auf dem betze schauen wir mal die hamburg auch zurzeit einen sehr guten lauf schön war gerade aber auch schön gespielt nur poko die beide störste ich kann es immer noch nicht ja ja es ist so unglaublich schöner pass peter oder kommt nein doch den kopf nimm doch den kopf ich habe gar nichts gedrückt ich habe gar nichts gedrückt ich verstehe das nicht der ball war ganz woanders und der feld dahin also es war ein faul aber mensch gerade da kommt wohl nicht mehr ran was sind denn das für peste leute ja 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 auf beiden seiten gerade reingabe da schraubt er sich hoch aber hallo in hektisch jetzt hat er hektisch hier so ein bisschen in der zweite minute und der betzenberg kocht stimmung in der westkurve hat er noch glück gehabt kein abseits und dann ja zickel der in ins linke eck wo wir wo 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 selber im weg um in scheiße ja da hat er hat eine andere idee oder ist gut er ist gut sehr gut gemacht sehr gut gemacht da ist er noch dran gekommen sehr gut ja wohl das filigran machen vorteil sehr gut und nein 11 aufsetzt jetzt noch eine karte im nachhinein in der sehr gut mit zimmer aber der dritte mann war dann doch ein wenig zu viel er hat noch gelbe kriegt blut macht sich da lang hallo ach come on ach come on ey das ist wieder so ein ding wieder das ist wieder haus gemacht fifa das wieder haus gemacht fifa schulz nein nein ach mensch es gibt so nett es gibt es immer wieder vor die füße ja das ist auch was was ich bei fifa programmiert ist dass der man immer wieder vor die füße fällt jetzt kommt wieder keiner nach ja und fja genau und jetzt wieder sowas jetzt wieder sowas ja komm ich spreche ab das ist nee ist ja dann aber auch nicht sinn und zweck das ist ja scheiße das ist einfach nur ja genau jetzt schon wieder direkt ab klatschen wahl kommt man gar nicht hinterher ach das gibt's doch nicht ja und jetzt wieder jetzt wieder so dinge jetzt ja 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 komm weg mich doch leg mich doch echt ist doch es ist doch nicht mehr normal es ist doch nicht mehr normal es ist doch nicht mehr normal ja 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 없다 ja 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 komm ich hab das gibt's doch nicht so ein ding da waren sie da machen sie nichts hinten zu und gar nichts wie kann so ein pass entstehen so was hat man in keinem anderen fieber wie oft gesehen dass so was einfach so durchgeht und hier sieht man im prinzip ein stückware das ist doch scheiße halbzeit man ach schon gar kein bisschen gar kein ding ja da geht es nicht gewundert mit der auch noch irgendwie reingegangen werden hmm mm-hmm yo was war das was war das ist nur noch mal kurz angucken okay ja jetzt aber sehr komisch aus irgendwie eine aber auch gedacht naja das lang genug unterwegs läuft aber keiner mit wo wir sehen ein kinder mitläuft aber fehler gibt es doch gar nicht lute mensch und scheinen jetzt läuft sie da aus ja genau ja er kriegt noch gut der ob jetzt auf ja sie macht er denn da hat es schon schon zweitemal wo er das ist doch ein ist doch gerade black hier wieder ja ja gut war war wusste jetzt nicht genau aber noch gleich linie aber ja ja ist ja gut ich habe einfach lieber was war es frau war mensch du arschloch ja das denke ich mir auch und ein ob du kommst du kriegst noch mensch ja genau wieder so ein ding wieder so ein ding ganzen gerade geht es durch gibt es doch gar nicht doch bei rolle an beim film war scheiße das gibt es ja nicht weg damit mit der mensch warum denn oder ist jemand verletzt ja 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 zielzimmer dann halt nicht dann halt nicht das ist doch nicht mehr normal weggerutscht jetzt heute wieder mit neuen fußballschuhen denn dann hat er ja in hannover ins publikum geschmissen einen kann man sogar ersteigern ach komm ja einfach mal geredet halt ja ich bin gespannt geworden wenn er an die komme er Alter, ist aber auch Druck jetzt da hier. Nein, Boyd! Boyd! Warum? Warum? Na? Ja. Ach, nee. Hin! Ah, zu lang! Ey, wie schlecht. Was ist denn hier los? Wenn ich jetzt verspielt, das nicht. Gibt es noch nicht so was. Scheiße! Ach, Mensch! Ach, nee. Oh, Finn! Oh! 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 Ja, es war scheiße wieder, aber ja. Na ja, das ist halt so wild. Oh, Mann! Wenn du nimmst, als wär's ein Sieg. Jawohl, die Westkurve jubelt. Glück gehabt, dass er nochmal von Schlappen gekriegt hat. Oh! Wie soll's gehen? Oh! 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 da hätte er sich unsterblich gemacht schade aber was ein spiel was ein spiel ansatzweise wieder mit freude ja wenigstens fc grau macht mir noch freude auch mal nachher gegen kiel mein lieber mann ja aber nur mal zurückgekommen aber ja und zwei treffer gut sehr gut hätte jetzt vielleicht wenn er jetzt doch das was haben wir vier zu drei gemacht hätte er sich jetzt noch unsterblich gemacht 4 5 4 sogar acht bescheißen alter schwede doch als eigentor gewertet worden das eine wahnsinn wahnsinn was das spiel krass war alles mit dabei ja mal wieder das war die gelbe genau das war es 1 0 ja schön in die ecke rennen ja mein lieber gesang sein das glück gehabt das lauter nummer so rangekommen ist kiel das eigentlich ganz gut und der kontrolle hatte wahnsinn ja gut da ist aber gut gewesen da war gut rübergelegt und dann hat er schön geköpft ja da genau das gleiche wie ich jetzt am schluss hatte dass du noch mal schön vor die füße kriegst bei dem april da ja gut da kannst du nichts waren wie ich die schön kriegt eigentlich im prinzip fast eine kleine sowie das spiel tatsächlich bei bei nürnberg war es war auch gut bis jetzt mit der vorlage von zuck auf auf beute und beute verwandelt einen schönen volley ist man mit kühle hat er auch gesagt hat er hat zwar mit gefühl versucht aber nicht mit zu viel druck und so weiter und es war gut so nah da gemeint ja wieso aus der solche bälle direkt halt normalerweise drauf hat ich meine ja eigentlich immer voll drauf aber die geht dann aber auch mal vorbei und da hat er recht gehabt das war ein super pass gewesen und was musst du dann mit gefühl machen und das ja genau da kriegt der nummer war von abwehrfehler dann halt vom torwart das haben noch mal schön vor die füße spielt aber gut das passiert im albert des gefächs durch diese abpralle unmittelbar ja was sagst du starbbi gar nichts er sagt gar nichts zu schnappi wahrscheinlich weiß es gar nicht ob wir die verbindung wieder verloren haben ist aber auch egal anscheinend haben wir die verbindung verloren ich wesentlich ja netzwerk okay ja dann sagen wir für den stabi ja es war wieder krass und ja wenigstens mal wieder ein unentschieden habe ich mal wieder rausgeholt ist ja auch mal wieder was wert jetzt macht's gut wir sehen uns bei der nächsten spiel prognose bis dann macht's gut ciao ciao und bye bye